so jetzt probieren wir es beim Wambang Bobo Bilal besser ich hab ein paar Sesamkörnchen reingesteuert damit es interessanter wird besser als oben jetzt lasst ihr ihn mal das und wenn er nur da Kärnchen drin sucht die Perser waren ja völlig uninteressiert Hurray für Bilal Punkt für Bilal Medium Punkt für Desert Outback Bedding ich glaube das wär im Sand genauso gut finde ich besser zumindest pieselt er nicht rein